Mh, ok. Jetzt ist das Stream gestartet. Mal gucken. Leute, wenn das Stream schon gestartet ist, dann sag ich schon mal Hallo. Einfach um klein machen kurz. Ja, jetzt bin ich live. Ich bin live. Hi. Ihr werdet mich jetzt nur mitzusehen. Ja, ich bin jetzt live. Ich hab jetzt alles hier kurz auf dem... Ich bin jetzt live. Hallo? Perfekt. Okay, ähm... Okay, dann kurz schließen. In die Ecke. Ja. Herzlich willkommen zum neuen Livestream von mir. Ähm, das wird jetzt schon im 20 Minuten Livestream kurz auf die Schnelle gemacht. Aber trotzdem werde ich Spaß dabei haben. Ich hab immer Spaß bei meinen Livestreams. Das ist mein echter Skin. Das war sicher den anderen. Ja, so sieht man Skin halt aus. Und hi. Warum der Kopf eigentlich unten noch... So komisch ist, weiß ich nicht. Aber egal. Wir gehen erstmal eine Runde. Also... Hier, Empire. Empire. Warten. Ich müsste eigentlich... Wie geht's mit dem grünen? Egal wer jetzt dabei ist. Hey, ihr seid alle mein Livestream dabei. Ja. Ist halt so, ne? Ja, geil! Ja, und herzlich willkommen in meinem neuen Video auf diesem Kanal. Ich hab jetzt keine Hintergrundmusik wie letztes Mal. Aber ich werd sie später noch einführen. Ich werd jetzt einfach die normale Microsoft Musik laufen lassen. Also... Nicht jetzt einfach diese Hintergrundmusik. Ich werd jetzt noch bei Einstellungen noch... Ein... Ein... Ein paar Sachen, ähm... Bearbeiten. Options. Musikgeräusche. Wetter definitiv erstmal null. Blöcke. Erstmal so 40. Musikglöcke nur hundert lassen. Spieler hundert Prozent. Perfekt. Ja. Aber Gesamtlautstärke ist jetzt sowieso nur sechs Prozent. Aber... Ich hoffe trotzdem wird das jetzt nicht euch so krass stören. Hier ist unser Bett. Okay. Ja, ich hab euch hier unten die IP, ähm... Des Servers gegeben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch drauf kommen. Ja, die meisten haben das bestimmt. Aber vielleicht gibt's da ein paar Typen. Was sie nicht haben, dann hab ich einfach die IP unten drauf geschrieben. Für Typen... Für halt andere... Ne, jetzt nicht... Die sich nicht so ausgerüstet haben. Der Rest ist mal Blöcke. Ich mag... Ich mag's nicht, wenn er so wenig... Nur einmal nur einen Spender gibt. Das wär cool, wenn es jetzt einfach zwei... Zwei geben würde. Ich weiß... Das Team war jetzt oft lang... Lange... Weil ich jetzt nicht kapiert hab, wie das genau funktioniert. Und ja... Okay, okay... Schnell, schnell, schnell unser Bett ein... Mach mal Blöcke. Dann wird das mal ein Steck und nehmen. Damit... Bauen wir unser Bett erstmal ein. Und dann haben wir's. Wenn wir das hier zu lange machen... Dann haben wir's. Dann haben wir das hier zu lange gemacht, aber... desto langsamer ist... desto größer... desto mehr kann ich zubauen. Kann man voll schnell abbauen. Aber... desto dicker, desto... desto öfter muss man das abbauen. Deswegen... mach ich jetzt einfach ganz... diesen ganzen Raum hier voll. Dumm, 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 dumm. Perfekt! Das sollte erstmal reichen. Jetzt... holen wir uns erstmal... Achso, warte, das kann ich gleich holen. Also ich... hä? Achso, ich hab alles jetzt in den Steck... in den Zweigen gebraten und umgewandelt. Ah, danke. Brauch ich eigentlich gar nicht, aber... Dann nochmal Rest in den Essen... du denkst und dann kann ich das jetzt anziehen. Das wird ja irgendwann... sowieso irgendwann sterben. Ja, das... Wir sind wieder im Livestream. Ich hab dir ja gesagt... Scheißhaufen, Tee. Als ob ich das geschafft hab. Ich bin so ein Noob und... Ja, der ist halt ein Noob oder Noob. Nein! Und dann runter, schnell, 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 schnell bei allen. Der kommt jetzt. Deswegen... Schnell... Nicht nachdenken, einfach weiter. Scheiß aufm TV! Ah! Ah! Fast hätte ich's geschafft. Ich bin saukacke in solchen Sachen. Ich lasse es, wenn man sowas macht. Oh! Danke! Im Glück hab ich das so krass eingebaut. Nein! Also hiyo. Ich möchte den Winkel öfter отп Maintenant nennen, Ich lasse es bei mir aber auch wieder um den Winkel Tem посgel half frei. Bis dann. Gött. Und dann... Ja. Scheißhaufen. Ja, war super, ne? Äh, gucken. Ich muss kurz auf mein... auf mein Handy gucken, ob es gerade live ist. Es sollte gerade live sein. Ja, ähm... Schreib kurz einen Freund. Ich schicke mal kurz einen Link weiter. Ähm, weil ich hab das jetzt hier an der Seite auch laufen. Ein aktiver Zuschauer. Ähm... Einfach, ähm... WhatsApp. Ich schicke das kurz mal Typen. Nippelburg, Felix, Kollege. Kevin, Lukas, Riyad, Oben. Matteo. Gut, dann... Ich bin jetzt hier an der Seite auch lauf. Ein aktiver Nippelburg, Felix, Kollege. Kevin, Lukas, Riyad, Oben. Okay, wir sind jetzt... Gut. Dann sind wir gerade bei acht Minuten. Leute, wartet kurz. Ich komm gleich wieder. Ich mach euch kurz den Bildschirm viel bequemer. Ähm... Ähm... Hallo? Der Ding sagt mir gar nicht, dass ich ange... Was ist hier? Ist aber auch irgendwie komisch. Leute. Normalerweise... Warte, ich ist hier live, ne? Richtig. Ja, er weiß ja, dass es live ist. Weiß er überhaupt, dass es live ist? Ne, er ist jetzt gerade am Bang. Jetzt erst mal an die Seite schließen, aber der obere Ding sagt, dass das Ding ist. Egal. Leute, ich hab jetzt... Ich kapier jetzt hier nicht gerade alles... Ah ja, jetzt ist alles gut. Ähm... Ich pack mich kurz hier in diese Ecke. Dann solltet ihr, wenn ich das richtig verstehe, mich gut sehen. Ich gucke. Ist aber auch irgendwie in diese Ecke. Dann solltet ihr, wenn ich das richtig verstehe... Jetzt sollte ich gut sehen, ich gucke. Jetzt mal gucken. Ist aber auch irgendwie in diese Ecke. Dann solltet ihr, wenn ich das richtig... Sollte ich gut sehen, ich gucke. Hallo? Jetzt? Ja, jetzt, 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 es funktioniert. Perfekt. Ähm, sorry, dass ich jetzt wegen der Verzögerung... Wir haben Hinterhalt, jetzt machen wir uns aber schnell hier erstmal ein Ding. Ah! Was bin ich für ein... Au! Das geht ins Herz. Aber das hält uns nichts ab, was anderes zu machen. Ich geh jetzt mal Eisen... Ich geh mir jetzt mal Eisen gönnen. Davon haben wir schon so viel, dass wir uns einfach eine, ähm... Das ich jetzt in der Kiste mir hole. Ein Eisen... Da soll das so viel drin sein. Die Hälfte... Da kaufen wir uns noch Specials. Wir kaufen uns noch einen Teleporter und eine Trap. Die Trap packen wir hier nach vorne. Und dann... Los. Ich hab's da keine Blöcke, aber... Wir müssen uns in unsere eigene Gebilde. Nein! Nein! Ich hatte Sniper... Trap da, Trap da, Trap da, Trap da. Ah! Au! Er hat wieder tief ins Herz getroffen. Ähm... Ist ja immer noch keine... Wird keine lange Aufnahme sein. Ich guck, wie viel Uhr wir haben. Leute... Ja, wow. Ich will jetzt nicht, dass... Hier, wir haben 10... Okay, ähm... Gleich sollte es alles... Sollte alles fertig sein. Dann holen wir uns hier einen Knüppel. Holen wir uns doch aus dem... Holen wir uns... Bitzhacke und Rest. Bitzhacke und Rest. Nein, 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 nein! Piu! Das wär... Ich brauch ein Wasser. Ist halt so. Okay, ähm... Alle kommen gleich. Okay, ich glaub, das war schon mit dem Livestream. Das war gar nicht so ein langer. Ich hab extra jetzt nicht hier, ähm... Hab ich jetzt nicht gedacht, dass es hier jetzt ein... Ja, das ist jetzt schon 5 Minuten wie sozusagen ein kurzes Video. Nur halt ein Live. Und ja... Es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich jetzt, ähm... So enden musste, diesen... Mit der Live-Übertragung. Aber... Eins, was ich euch noch versprechen... Was sprechen kann, ist, dass wir noch einer... Noch... Noch zwei... Noch eine Minute... Noch ein bisschen Kairo spielen und dann... Hören wir auch auf. Es gab was. Ähm... Ich hab jetzt extra Bad Rose in den Titel geschrieben, weil... Ich halt Bad Rose jetzt... Eigentlich im Sinn hatte. Aber weil... Die Zeit... Ich halt immer fair ist... Und ich... Schon gleich gehen muss. Ähm... Ich kauf die kann man nie kaufen eigentlich. Ich glaub gar nicht so wenig. Okay. Ich kauf komme. Und ich höre nach die besten. Top all time. Los, 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 los. Los, los, los. Wir machen jetzt... Ach diese Musik. Das ist die gute alte Minecraft Musik. Wenn man grad so Lust auf Minecraft hatten... Muss man einfach so diese Musik... schon, schon hat man keine Lust mehr auf was man denkt. Das ist halt die, die dich an diese Zeit, dich erinnert halt. Okay. Ja, egal. Ähm, genau, jetzt bauen wir, ich hab schon zwei Holz, können wir bearbeiten. Und dann machen wir uns jetzt ganz easig ein. Ja, guck, das war schon bei der Runde, das gab es. Nein, ähm, wiederbeleben, ja. Okay, ähm, ähm, ich hab nicht gedacht, dass es jetzt ein, wiederbeleben, ja. Äh, ich stehe jetzt hier einfach so, sorry, sorry. 15 Minuten, ich mach mir 20 Minuten, dann sollte er schon, äh, Achievements, egal. Dann sollte er schon fertig sein. Dö, dö, dö. Wage Mode, das kann man noch eine Runde machen. Hier. Nichts, wenn wir euch auch ein... Freut euch vielleicht, morgen kommt auch schon ein Video raus, für, wegen, wegen, ähm, weil jetzt will ich erst mal aktiv auf YouTube etwas machen, und hier live, äh, live streamen, das halt... ...drehen. Aber, ist jetzt auch egal. Ich mach mir bald ein 5-Abo-Special, dann werde ich hier eine Challenge, eine Challenge, äh, aktivieren. Auf Skywars halt, dass ich, ähm, wenn ich einen Bogen in die Hand bekomme, mir einfach so einen Kreis bauen, nur in diesem Kreis bleiben darf, und versuche, versuche zu gewinnen. Wenn, seid drauf gefasst. Bei, ähm, bei, bei 5 Abos. Tschüss. Tschüss. Leute, das war's, glaub ich, schon, mit dem Video, weil, keine Lust mehr. Tschüss. Leute, ich mach jetzt, ich wollte, sorry, dass ich so schnell bin. Das war's, glaub ich, schon, mit dem Video, weil, keine Lust mehr. Tschüss. Leute, ich mach jetzt, ich wollte, ich mach jetzt so schnell, so schnell bin, das war's, glaub ich, schon. Sorry für diesen, äh, kleinen, Ausschnitt, ich muss so kurz was machen. Ähm, deswegen, glaub ich, kurz beendet. Aber nicht so schlimm, ich hab ja versprochen, dass ich's noch ein bisschen länger mache. Dann, deswegen, gehen wir jetzt noch auf, ähm, der Hive und machen dann es zu Ende. Ich hoffe, ich hoffe, es, es wird euch jetzt nicht so schaden, weil ich bin jetzt die, klar, der Beste. Aber, ich hoffe, ihr versteht, dass ich jetzt, ich einfach, mit euch gerne, einfach gerne YouTube ausprobieren würde und, nicht, dass jetzt irgendwie Hater kommen und einfach so, mehr Spaß verdärmen, aber, ich werd sowieso nicht aufhören, wenn irgendjemand sagt, hier, hör auf, du bist ein Opfer. Ne, ja, wie ich halt gesagt, jeden Samstag kommt ein Video, das ist versprochen, aber, perfekt, flau bautet. Ähm, aber wie das Schicksal will, mach ich, hab ich jetzt keinen festen Zeitplan. Ich komm jetzt einfach immer, 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 alles was ich sagen kann, immer, Samstag kommt ein Video, also immer am Samstag aktiv bleiben, jetzt einfach, und jetzt zeig ich euch das Beste, schreckt in dieser Map, glaube ich, also es ist überhaupt diese Map, ich hab die in einem anderen Map lang nicht mehr gesehen, die ich früher hatte. Hier, perfekt. Nein. Ist ja voll dumm, wenn ich hier durchgucke. Okay, es hat jetzt begonnen, Leute. Ah, au, 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 au. Ich wollte hier stehen bleiben. Au. Wir bleiben jetzt erst mal tauchen, wenn ich Fieber. Ich bin schon Level 7 mit Flowerbaut. Bam. Bam, bam, bam. Also, ähm, ja, gleich, wenn sie, ich, glaub, jetzt sollte eigentlich der Livestream schon beendet sein, denn ich muss jetzt leider nach Hause, das Einzige, was ich noch machen kann, ich greife jetzt einfach den Typen an, und mich jetzt die Kabinen. Okay, schade. Okay, das, das, das war's jetzt einfach, das war's jetzt mit dem, äh, mit dem kurzen Livestream. Ich hoffe, euch hat er gefallen, und, ja, sorry für, ähm, jetzt nur den kurzen, vielleicht mach ich, mach ich heute noch einen raus, aber, bleib einfach immer aktiv, vielleicht kommt noch sogar eine normale Aufnahme, keinen Stream. Und, tja, tschüss. tschüss. tschüss.